so kurzes test video und zwar zu der aukey action cam und zwar in 1080p mit 60 bildern die sekunde machen wir uns ein bisschen panorama aufnahme hier mal gucken inwiefern man alles so gut erkennen kann ist auf jeden fall mit 60 bildern eine gediegene sache kurzer schwenk noch mal nach links